So krass profitiert Travis Kelce von Flipped mit Taylor Swift. Seine Popularität steigt. Am Wochenende hatte sich Taylor Swift, 33, ein Football-Spiel der Kansas City Chiefs angesehen, und feuerte von der VIP-Lounge aus ordentlich deren Spieler Travis Kelce, 33, an. Nach seinem Sieg verließen die Popsängerin und der NFL-Starsäger zusammen das Stadion. Seither kursieren hartnäckige Liebesgerüchte über die beiden. Ob flirt oder nicht, Travis profitiert schon jetzt von Taylor. Wie Yahoo Sports berichtet, kann der 33-Jährige aus der angeblichen Liaison bereits jetzt seine Vorteile ziehen, Travis' Trikot mit der Nummer 87 ist im NFL-Shop seither ein echter Verkaufsschlager, die Nachfrage soll um fast 400% gestiegen sein. Aber damit nicht genug, auch seine Followerzahl in den sozialen Medien nimmt seit dem Wochenende sprunghaft zu. Zusammengezählt konnte sich der Profisportler auf Instagram, TikTok sowie X über 1,3 Millionen neue Follower freuen. Offiziell geäußert haben sich Taylor und Travis zu den Spekulationen noch nicht. Allerdings hatte Daily Mail berichtet, dass die 33-Jährige dem Sportler einen Besuch zu Hause abgestattet habe. Dort soll Taylor wohl seine Freunde und Familie kennengelernt haben. Rund eine Stunde soll die Truppe miteinander gemeinsam verbracht haben. Ob die schöne Blondine in dieser Zeit bereits seine Eltern für sich gewinnen konnte? Untertitelung des ZDF, 2020